Einen guten Grund. Dieser Grund war Millionen wert. Für Lee Majors. Piranhas 2. Die Rache der Killerfische. Es begann als tollkühner Juwelenraub und endete in einem verzweifelten Kampf gegen die Piranhas. Piranhas 2. Die Rache der Killerfische. Meine Lieblinge haben schon gegessen. Es war kein fairer Kampf. Die mörderischen Piranhas waren nicht das einzige Problem. Dieser Mann kämpft um sein Leben und um eine Millionenbeute. Was wird hier gespielt, mein Junge? Freunde wurden zu Feinden. Let's go! Lee Majors. Karen Black. Margot Hemingway. Marisa Bernson. Piranhas 2. Die Rache der Killerfische. Er wusste, dass in Unterwasser die Hölle erwartete. Er ist überdies. 25 Elen. Er ist übersteigt. Der dass해�olo. Wir müssen wir auch gehen. Es war nicht. Die Rache der Killerfische.